Musik Hallo liebe Freunde von Dead of Mer 4 und vor allem herzlich willkommen liebe Jeep Wrangler JL Fahrer Wir haben eine coole Neuerung für euch und zwar präsentieren wir unsere Höherlegung Und zwar ist es die erste Höherlegung für den Jeep Wrangler Und zwar besteht die jetzt hier in dem Fall nur aus Federn Und zwar sind es Eibach Federn und die bringen euch effektiv 50 mm mehr an Höhe Also eine klassische Höherlegung, ist nichts aufwendiges Aber eine ganz coole Variante um dann wirklich größte Räder drunter zu bringen Zum Beispiel unsere 35 Zoll Räder auf 18 Zoll oder 20 Zoll Felge Mit schöner Klassik Felge, Klassik B Felge Fragt da gerne an, wir helfen euch da gerne weiter Und in Zukunft für Leute, denen ein komplettes Fahrwerk lieber ist Bieten wir auch noch eine Variation mit Bielstein Stoßdämpfern an Also dass man hier diese Eibach Federn mit schönen Bielstein Dämpfern kombinieren kann Und da haben wir wirklich ein ganz tolles Fahrwerk Wirklich von zwei BMO Herstellern Die uns die Federn bzw. die Stoßdämpfer produzieren Und wir haben uns eben um die Abstimmungen und um die Gutachten usw. gekümmert Und da kommt auf jeden Fall einiges auf euch zu Und wir freuen uns wirklich auf jeden Jeep Wrangler Kunden Der zu uns kommt und sein Auto höher legen lässt Also, falls ihr Fragen habt, ruft uns gerne an Stay tuned Und da kommt auf jeden Fall einiges auf euch zu Und da kommt auf jeden Fall einiges auf euch zu Und da kommt auf jeden Fall einiges an Bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Tschüss Und ja